In diesem Video zeige ich dir das beste Depot aus diesen Anbietern für Sparpläne, Aktien, ETFs und auch fürs Trading. So kannst du selber auswählen, welches Depot für dich und deinen Zweck am besten passt. Und bleib auf jeden Fall auch bis zum Ende dran, denn gerade bei den Trading Depots wird es nochmal so richtig spannend. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Finanzimpuls. Ich bin Alex und ich möchte hier gleich mal einsteigen mit einem ganz wichtigen Punkt, denn du solltest ein Depot pro Strategie grundsätzlich benutzen. Dieses Video ist auch in Kapitel aufgeteilt, das heißt, wenn dich ein Thema nicht interessiert, kannst du auch gerne ein Kapitel überspringen und sofort zum nächsten eilen. Ich empfehle dir, Depots möglichst gut zu trennen, zum Beispiel ein Depot für die aktive Anlage fürs Trading, ein weiteres für Sparpläne und eins für extreme Buy-and-Hold-Positionen, zum Beispiel Aktien. So kannst du unterschiedliche Ansätze der Spekulation oder des Investments auch tatsächlich voneinander trennen. Damit kannst du auch besser für dich entscheiden, welcher Ansatz besser zu dir passt. Außerdem kannst du dich dann auch auf das Depot besser konzentrieren, welches bei dir besser läuft. In schlechten Phasen kannst du dann auch mal gewisse Depots und Investments ignorieren und wirst nicht ständig mit roten Zahlen belästigt. So kannst du dich besser auf das konzentrieren, was aktuell motivierender für dich ist und du auf jeden Fall auch dran bleibst und weiterhin investierst. Gerade ein passives Buy-and-Hold-Depot sollte separat angelegt werden. Ich persönlich kann so wesentlich einfacher volatile Werte aushalten. Mitunter vergesse ich über Wochen, dass ich überhaupt mit tausenden Euros dort investiert bin. Studien zufolge laufen solche Depots, die ignoriert werden, in der Regel deutlich besser. Und ich bin mir auch sicher, dass mir Tim Schäfer in dieser Aussage zustimmen wird. Die Kriterien zur Auswahl der Depots sind zum einen die Kosten, das Produktangebot, die Bedienung bzw. Einrichtung und wichtig ist auch noch die beste Kombination aus diesen Kriterien. Denn der günstigste Broker mit nur 10 ETFs oder der Anbieter mit den meisten sparplanfähigen Wertpapieren, aber den schlechtesten User Interface sind in der Regel nicht empfehlenswert. Daher zählt immer die Kombination aus allen Kriterien. Und bevor es nun endlich losgeht mit dem Vergleich, welche Erfahrungen hast du gemacht mit mehreren Depots für unterschiedliche Strategien und welches System hast du vielleicht schon aufgebaut, hinterlass mir dazu gerne einen Kommentar zu deiner Strategie. Und was auch noch interessant ist für mich, aber auch für viele andere Nutzer, die dieses Video sehen, welche negativen Erfahrungen hast du vielleicht auch schon gemacht mit anderen Depots und Brokern? Ich muss sagen, wo damals GameStop die sehr gehypte Aktie war und die nicht mehr käuflich war bei Trade Republic, das fand ich schon relativ negativ gegenüber diesem Broker. Da habe ich zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht und hier Trade Republic so ein bisschen an Vertrauen bei mir eingebüßt. Wir starten aber hier gleich mal rein mit dem besten Depot für Sparpläne. Hier habe ich jetzt nur Broker aufgeführt, wo auch Sparpläne verfügbar sind. Und hier ist erstmal die grobe Übersicht über diese Broker und in der nächsten Spalte gibt es dann die Kosten. Du siehst, dass viele Broker, gerade Neobroker, relativ günstige Angebote hier haben und Consos Bank und kommen direkt, fallen hier so ein bisschen aus dem Raster. Das ist aber relativ, dazu gleich mehr. Die besparbaren Wertpapiere bestehen aus Aktien und ETFs, also eine Kombination dieser Produkte und Trade Republic steht da gut. Und da Finanzen.net Zero mit 2000 auch noch ganz okay, nicht der beste Anbieter hier oder hat nicht die meisten Produkte hier. Flatex hier mit 1600 Produkten auch noch okay. Sehr positiv fällt hier auf Consos Bank mit 6709 besparbaren Wertpapieren. Und etwas negativer fällt hier auf JustTrade mit nur 256 besparbaren Produkten. Wichtig ist ja auch die Bedienung und die Einrichtung. Und hier sind Trade Republic und Scalable Capital von der Bedienung her einfacher als die anderen. Wobei die anderen Broker auch nicht schlecht sind, aber die sind besonders positiv hervorzuheben. Außerdem gibt es noch Besonderheiten bei Trade Republic und bei Finanzen.net Zero kann ich Sparpläne auch wöchentlich, also in sehr kurzen Zyklen ausführen. Bei Scalable Capital kann ich den Ausführungstag, ich glaube 9 stehen da zur Auswahl im Monat, einigermaßen frei auswählen. Bei Consos Bank und bei Comdirect gibt es nicht nur kostenpflichtige, sondern auch kostenlose Sparpläne. 363 bei Consos Bank, 235 bei Comdirect. Aber damit ist die Auswahl im Vergleich zu den anderen Brokern tatsächlich auch etwas kleiner. Und bei Flatex und bei JustTrade gibt es keine besparbaren Aktien. Ich persönlich habe Sparplandepots bei Trade Republic und Scalable Capital, finde die beide sehr gut und beide wahlweise auch mit Lastschrifteinzug. Das heißt, ich muss kein Geld auf meinem Verrechnungskonto haben, kann es von meinem Girokonto immer abbuchen lassen. Ich habe auch tatsächlich bei Flatex mal ein Depot mit Sparplänen auf ETFs gehabt. Dann hat sich meine Bankverbindung geändert und die konnte ich nur ändern per Formular ausdrucken, unterschreiben und musste das per Post hinsenden. Das wollte ich nicht machen. Ich habe Flatex daraufhin gekündigt. Also es gibt auch viele sehr subjektive Faktoren, die dann später noch eine Rolle spielen. Übrigens sind alle Broker, die ich hier erwähne, unten in der Videobeschreibung dann auch verlinkt. Und gerne kannst du individuelle Konditionen nochmal beim Broker direkt prüfen. Nun kommen wir mal zu meinem Gewinner. Und eigentlich sind es für mich hier persönlich Trade Republic und Scalable Capital. Aber der beste Anbieter hat eine einfache Bedienung. Er hat viele Wertpapiere im Angebot. Es gibt eine wöchentliche Ausführung, die Möglichkeit, das per Lastschrift zu machen. Er ist sehr zuverlässig. Er hat ein kostenloses Angebot und Sparpläne sind ab einem Euro ausführbar. Und der Gewinner ist dann, ist ein bisschen subjektiv, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall Trade Republic. Ich lasse dort seit Jahren zig Sparpläne auf Aktien und auf ETFs laufen. Und das funktioniert sehr zuverlässig und sehr gut. Die App ist in der Version 2.0 so ein bisschen schlechter geworden. Meiner Meinung nach auch der Meinung vieler Nutzer. Aber ist dann doch vergleichsweise immer noch ziemlich gut. Und nun gehen wir gleich ins nächste Kapitel. Und zwar geht es um das beste Depot für Aktien. Aktien. Die Broker, die ich hier ausgewählt habe, siehst du jetzt hier aufgeführt, sind einige Broker. Mehr zur Basis für die Kosten pro Trade habe ich ausgewählt. 50 Trades pro Jahr zu je 600 Euro. Und ich musste irgendwas auswählen. Ich denke, das ist vielleicht nicht der schlechteste Mittelwert. Wenn du natürlich nur 10 Trades mit 1.500 oder 2.000 Euro machst, sind das andere Kosten für dich. Das sollte klar sein. Da musst du beim Broker individuell nochmal kurz nachschauen. Du siehst oben insbesondere die Neo-Broker sind hier deutlich günstiger als unten die letzten vier genannten, die dann eher teurer sind bis hin zu 9,95 Euro pro Trade bei Consorzbank, was ich persönlich in der heutigen Zeit schon ziemlich teuer finde. Und Finanzen.net Zero hier als positives Beispiel mit 0 Euro. Ab Trades ab 500 Euro generell. Darunter kostet der Trade einen Euro. Und auch hier in diesem Vergleich sehr, sehr günstig handelbare Aktien. Da siehst du auch, dass es Unterschiede gibt bei Finanzen.net Zero 7.500 Aktien. Alles Wichtige dabei. Nicht das größte Angebot. Trade Republic 11.500 Aktien. Scalable Capital ähnlich mit 7.800 Aktien wie Finanzen.net Zero. Just Trade auch gut dabei. Etoro nicht ganz so gut. 5.000 Aktien reicht trotzdem für viele noch aus. Interessant ist CapTrader. Und Links sind mit Ja beschrieben, weil sich fast alle Wertpapiere an allen wichtigen Börsen der Welt sich dort handeln lassen. Und wenn du einen Broker suchst, der viele Wertpapiere handelbar hat, dann such dir einen von diesen Beinen aus. Die sind wirklich sehr gut. Flatex mit 15.000 Aktien auch sehr gut. Consorzbank 46.800 Aktien auch sehr, sehr gut. Und kommen direkt mit 25.500 Aktien auch wirklich ziemlich gut. Die Bedienung ist beim Aktienhandel bei den meisten Brokern sehr, sehr gut. Bei Just Trade auch so als Neobroker ist mir aufgefallen, dass das nicht ganz so positiv ist. Und bei Consorzbanken kommen direkt ist das so ein bisschen vom Alter her angehaucht. Da könnte das auch so ein bisschen angepasst werden. Bei Besonderheiten habe ich auf jeden Fall hier nochmal aufgeführt die Trailing Stop Loss Order. Gibt es Broker, die haben das im Angebot. Broker, die haben das nicht. Und ich finde, dass wenn man ein bisschen aktiver auch mit Aktien handelt, finde ich die Trailing Stop Loss Order eine durchaus wichtige Funktion. Und was auch noch wichtig ist bei CapTrader und bei Links, die haben ja dieses riesige Angebot. Und das liegt auch an dem Angebot von Interactive Brokers. Und das sind sogenannte Introducing Broker für den Interactive Broker. Das bedeutet, dass dahinter der Interactive Broker steckt, aber die Oberfläche und der ganze Service, den du hast, ist dann aus Deutschland auch BaFin lizenziert und so weiter. Du hast deutsche Ansprechpartner, aber dahinter steckt halt ein großer internationaler Broker. Ich habe persönlich Aktiendepots bei Trade Republic und bei Finanzen.net Zero. Auch wieder hier, alle Broker sind unten in der Beschreibung verlinkt. Und mein Gewinner für das beste Aktiendepot ist der Anbieter, der kostenlose Trades ab 500 Euro ermöglicht. Darunter kostet das 1 Euro. Es gibt eine gute Webseite und eine gute App. Es gibt eine ausreichend gute Auswahl an Aktien, also alles Wichtige verfügbar. Er wird laufend positiv weiterentwickelt. Es gibt eine sehr gute Dividendenübersicht und er ist sehr zuverlässig, wie ich persönlich festgestellt habe. Und der Gewinner für das beste Aktiendepot ist damit Finanzen.net Zero. Ich nutze das Depot selber seit einigen Jahren. Es wurde in dieser Zeit immer wieder stark verbessert und weiterentwickelt. Der Abwickler, der im Hintergrund steckt, ist die Baader Bank. Und das ist auch der gleiche Abwickler wie bei Scalable Capital. Wenn du mehr Auswahl wählst und einen Broker, womit du fast alles handeln kannst, dann würde ich dir den CapTrader empfehlen. Wenn aber die großen bekannten Aktien für dich ausreichend sind, würde ich dir Finanzen.net Zero empfehlen. In der nächsten Kategorie geht es um das beste Depot für ETFs. Das ist so ein bisschen besonders, denn viele haben Sparpläne laufen auf ETFs, aber man kann diese auch einzeln handeln. Und darauf gehe ich jetzt ein. Mit diesen Brokern ausgewählt habe ich 10 Trades zu je 800 Euro pro Jahr. Das heißt, du investierst 8000 Euro mit 10 Trades. Das sind die Kosten der jeweiligen Broker im günstigsten Modell. Also bei vielen 1 Euro, auch mal 4 Euro bei eToro. 0 Euro bei Finanzen.net Zero steht hier so wieder so ein bisschen hervor und bei Flatex mit 5,90 Euro ein wenig teurer. Die handelbaren ETFs sind hier nochmal aufgelistet. Viele Broker haben so um die 2000 handelbaren ETFs. Das reicht für die meisten Menschen auch aus. Negativ ist hier so ein bisschen eToro mit 663. Da gibt es wahrscheinlich dann viele ETFs nicht, die so ein bisschen nischiger sind. Und CapTrader sticht hier nochmal so besonders hervor, weil es besonders viele, auch internationale ETFs handelbar gibt. Die Funktion und Bedienung ist bei allen Brokern ziemlich gut, außer JustTrade. Das ist so ein bisschen angehaucht und ich mag die Bedienung einfach nicht so sehr. Es gibt hier auch nochmal Besonderheiten. Trade Republic hat sein Angebot auch nochmal deutlich verbessert in den letzten Jahren. Auch Finanzen.net Zero hat sich hier gut weiterentwickelt. Bei Scalabar Capital gibt es ab 250 Euro pro Kauf, wären in den 800 Euro drin, viele ETFs. Aber nicht alle, also nur gewisse Prime-Anbieter dann. Und bei Flatex muss man noch dazu erwähnen, dass es 700 ETFs gibt, die man kostenlos kaufen kann, aber erst ab 1000 Euro. Das heißt, wenn du regelmäßig ETF-Käufe mit über 1000 Euro machst und die Auswahl für dich nicht so die riesige Rolle spielt, könnte auch Flatex ein Angebot für dich sein. Jetzt kommen wir mal zu meinem Gewinner für das beste ETF-Depot. Das beste ETF-Depot für mich bietet kostenlose Trades ab 500 Euro an. Es gibt alle wichtigen ETFs dort zu handeln. Auch viele bekannte aktive Fonds kann man dort kaufen. Gute Webseite und gute App ist verfügbar. Der Broker wird laufend positiv weiterentwickelt. Er ist zuverlässig und vielleicht erinnert dich das an der letzten Vorstellung auch des Gewinners. Es ist mal wieder Finanzen.netZero. Denn meiner Meinung nach macht hier Finanzen.netZero vieles richtig und bildet so einen gewissen Sweet-Spot ab. Das Angebot ist fair und für viele ausreichend und auch sehr günstig. Das heißt, die meisten ETFs sind hier verfügbar und mit den Handelskosten ab 500 Euro halt sehr, sehr günstig. Also sogar hier kostenlos. Trade Republic und Scalable Capital sind aber auch ähnlich gut und jeder Broker hat kleinere Stärken und kleinere Schwächen. Wenn du eine möglichst große Auswahl an ETFs willst, dann verweise ich auch an dieser Stelle hier wieder zum CapTrader. Denn der hat hier das größte Angebot. Und abschließend kommen wir zum besten Trading-Depot. Und das ist nochmal ganz spannend, weil es gar nicht so leicht ist, sich damit auseinanderzusetzen. Dieses Mal werde ich hier zahlenmäßig das Ganze aufbauen und wir fangen hier mal an mit Trade Republic. Es gibt handelbare Produkte, die ich hier abgekürzt habe. KO, KO-Zertifikat, OS, Optionsschein. FZ ist das Faktor-Zertifikat. Kostenstruktur ist leicht zu verstehen und günstig. Bedienung ist gut. Besonderheiten habe ich jetzt da bei Trade Republic nicht gefunden. Dann Scalable Capital, gleiche Produktauswahl wie bei Trade Republic plus Discount-Zertifikate DC. Und Bonus-Zertifikate habe ich hier mit BZ abgekürzt. Ansonsten auch wieder gute Kostenstruktur, gute Bedienung. Und es gibt vor allem auch wirklich viele Zertifikate bei Scalable Capital zu handeln. Bei Finanzen.net Zero auch wieder Mindestangebote wie bei Trade Republic plus Discount-Zertifikate. Also keine Bonus-Zertifikate wie bei Scalable Capital. Ist auch immer so eine Momentaufnahme. Kostenstruktur gut, Bedienung gut, keine Besonderheiten. Cap Trader. Und jetzt fängt es an, richtig spannend zu werden. Du siehst auch immer farblich, hier ist eine Menge grün. Denn es gibt nicht nur die Zertifikate, die es auch bei Scalable Capital gibt. Sondern es gibt auch OS, was für Optionen steht. Es gibt CFDs, Contract for Difference. Und es gibt Futures, die habe ich hier mit F abgekürzt. Und FX steht für den Forex, dem Währungsmarkt. Also das Angebot ist hier wirklich vollumfänglich. Die Kostenstruktur ist nur so mittelgut, denn sie ist sehr unterschiedlich. Teilweise wirklich günstig, teilweise nicht ganz so günstig. Die Bedienung ist gut für das, was man alles handeln kann. Es kommt darauf an, welche Software und so weiter man dann später benutzt. Was nochmal besonders ist, Zertifikate sind erst ab 6 Euro handelbar. Das heißt, wenn man hauptsächlich Zertifikate handelt, ist es vielleicht nicht der günstigste Anbieter. Und das gilt auch für viele weitere Anbieter. eToro hat hier CFDs und CT steht für Copy Trading. Das heißt, auch hier wieder Angebot ist ein bisschen kleiner. Zertifikate gibt es hier gar nicht. Aber für aktive Trader sind ja auch CFDs relativ interessant. Kostenstruktur geht so. Bedienung ist wirklich gut. Und XTB ist bekannt dafür, dass er ein größerer CFD-Broker ist. Hat sich darauf auch wirklich spezialisiert. Kostenstruktur ist mittelmäßig. Die Bedienung ist ziemlich gut. Gibt dort auch sehr gute Charts und so weiter. Also der hat sich schon sehr spezialisiert. Links sieht ähnlich aus wie Cap Trader. Und die Kostenstruktur ist hier wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Man muss wirklich darauf achten, was man kauft. Das unterscheidet sich auch hier sehr stark. Es ist wirklich keine einfache Kostenstruktur. Bei Flatex gibt es auch viele Zertifikate und CFDs zu handeln. Kostenstruktur ist auch wieder sehr komplex. Je nachdem, von welchen Zertifikateimittent man auch was kauft, unterscheiden sich hier die Kosten. Und wie du hier siehst, die Bedienung ist bislang bei allen Anbietern wirklich gut. Bei Consorsbank gibt es auch einmal alles. Die komplette Palette. Aber auch hier Kostenstruktur nicht so gut. Und auch sehr unterschiedlich. Da muss man sich sehr individuell einarbeiten. Bei Comdirect sieht es ganz ähnlich aus wie bei der Consorsbank. Aber es gibt hier keine direkten Währungen oder einen direkten Forex-Handel. Beziehungsweise keinen spezialisierten Forex-Handel. Und die Kosten sind, wie schon gesagt, auch sehr unterschiedlich. Und JustTrade bietet auch viele Zertifikate an. Auch zu günstigen Konditionen. Aber gerade wenn man aktiver handelt, ist auch die Bedienung ein wichtiger Punkt. Und da ist leider nur ein Neutral von mir einzubringen. Deshalb ist der Broker auch nicht so weit oben aufgeführt. Das ist meine Meinung dazu. Wie gesagt, Links zu allen Brokern wieder unten in der Beschreibung zu finden. Und es kommt sehr darauf an. Es ist wirklich nochmal unterteilter und komplexer, was du handeln willst. Und welche Oberfläche, welche Charts du nutzen willst. Also hier ist es wirklich sehr, sehr schwer, einen Gewinner auszuwählen. Aber trotzdem habe ich hier einen Gewinner für das beste Trading Depot ausgewählt. Der Anbieter für das beste Trading Depot hat nahezu alle Produkte verfügbar. Das ist beim Trading auch ziemlich wichtig, wie ich persönlich finde. Er hat eine professionelle Software. Es gibt sehr gute Charts. Charts sollte man auf keinen Fall unterbewerten in dem aktiven Handel. Dieser Anbieter ist auch mit Trading View kompatibel. Das heißt, du kannst direkt in den Charts von Trading View dann auch Käufe und Verkäufe tätigen. Es gibt eine gute App, auch Paper Trading. Ich sage mal, ein Demokonto ist dort verfügbar. Du kannst da mit nicht echtem Geld, mit Papiergeld Strategien ausprobieren. Und es ist ein sehr umfängliches Angebot. Und der Gewinner in dieser Kategorie ist CapTrader. Er hat das vollständigste Angebot und hat extrem umfangreiche Möglichkeiten. Man muss sich aber auch etwas einarbeiten und das kann einen als Anfänger überfordern. Das heißt, es ist ein bedingter Gewinner. Aber wenn du aktiv handelst, machst du damit auf jeden Fall nicht viel falsch. Wenn du aber externe Charts nutzt, noch gerne Zertifikate tradest, dann sind auch Scalable Capital, Finanzen.net Zero oder auch Trade Republic sehr interessant für dich. Mit das beste Angebot in Sachen Preis und Angebot hat Scalable Capital im Prime Broker. Auch mit Wertpapierkredit. Ich empfehle grundsätzlich nicht mit Kredit und dann auch mit Hebel zu handeln. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele Neo Broker, die ein gutes Zertifikateangebot haben. Aber die Charts sind leider oft nicht sehr gut. Und wenn du einen kompletten Aurore haben möchtest, dann ist CapTrader super interessant. Ich selbst nutze keine CFDs, wenn dann Aktien oder Zertifikate. Welche Erfahrungen hast du schon gemacht? Hast du noch Fragen zu den Brokern oder zu den Produkten? Hinterlass auf jeden Fall gerne einen Kommentar und wenn du magst, auch gerne ein Like dazu. Abschließend habe ich noch ein Zitat von Markus M. Ronner, der ein Schweizer Theologe, Publizist und Journalist war. Von dem gibt es das Zitat, das Schöne an den Aktien ist, dass man 1000% gewinnen kann, aber höchstens 100% verlieren kann. Finde ich immer wieder, wenn es um den aktiven Handel insbesondere geht, aber auch um das langfristige Buy and Hold, ganz, ganz wichtig, sich immer wieder diese Zahlen aufzurufen, um auch wirklich dran zu bleiben, um auch die dicken Gewinne mal mitzunehmen. Denn viele verkaufen zu früh und ich mache das auch häufiger. Jawohl, hast du noch Fragen? Ab in die Kommentare damit. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg, eine gute Rendite und bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!